Nahost-Experten sagen, es ist nicht die Frage ob, sondern wann es einen großen Krieg zwischen Israel und dem Iran gibt. Möglicherweise war das, was in der Nacht geschah, ein Vorzeichen dafür. Israel hat nach Beschuss der Golanhöhen zur Vergeltung iranische Ziele in Syrien angegriffen. Laut Verteidigungsminister Liebermann wurde die gesamte dortige Infrastruktur des Iran getroffen, darunter Munitionsdepots, Unterkünfte und Stellungen. Feuerball am Himmel über Damaskus. Bilder des syrischen Staatsfernsehens, die zeigen sollen, die syrische Luftabwehr schießt israelische Raketen ab. Über 50 Ziele griff das israelische Militär laut Verteidigungsministerium vergangene Nacht in Syrien an. Dabei ging es vor allem darum, iranische Einheiten zu treffen. Wir haben nahezu die gesamte iranische Infrastruktur in Syrien beschossen. Ich hoffe, dass dieses Kapitel damit beendet ist und jeder Mann verstanden hat. Der massive Militärschlag ist nach israelischen Angaben Vergeltung. Zuvor sollen iranische Milizen rund 20 Raketen von Syrien aus Richtung der israelisch besetzten Golanhöhen abgefeuert haben. Dabei hat wohl keines der Geschosse das Ziel erreicht. Auf syrischer Seite, so berichten Oppositionelle, soll es mindestens 23 Tote gegeben haben. Also ein massiver militärischer Schlag, den Israel geführt hat. Weitere Einschätzungen und Erläuterungen vom Israel-Korrespondenten Elmar Schön. Nun, das ist ja ein Konflikt, der sich in den vergangenen Wochen immer weiter aufgebaut hat. Zwar hat die israelische Regierung es nie offiziell bestätigt, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass Israel verantwortlich ist für mehrere Militärschläge in den vergangenen Wochen auf iranische Truppen, die in Syrien stationiert sind. Die Iraner sind dort offiziell in Syrien, um das Assad-Regime zu unterstützen, sind aber in der Vergangenheit der israelischen Grenze, vor allem den Golanhöhen, immer näher gekommen. Und die iranische Führung hat ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder als Ziel formuliert, dass man den israelischen Staat zerstören möchte. Die Botschaft der Israelis ist ganz klar, sie wird unter keinen Umständen dulden, dass der Iran seine Militärpräsenz in Syrien und speziell an der Grenze zu Israel weiter aufbauen wird. Ja, für Israel ist es wohl eine Frage des Überlebens, ob der Todfeind Iran, der den Staat der Juden von der Landkarte löschen will, in die Schranken gewiesen wird oder nicht. Erläuterungen dazu von Aya Shahushalika. Er ist hochrangiger Vertreter des israelischen Geheimdienstes und er hat sich im Phoenix-Interview zu den Motiven der Israelis geäußert. Mittlerweile ist jedem klar, dass die Bedrohung im Nahen Osten in erster Linie aus Teheran auskommt, weil Teheran, das Ayatollah-Regime, dort wie eine Riesenkrake die Kraken ausgeweitet hat im Nahen Osten, sich auch in Syrien über Monate und Jahre hinweg jetzt schon versucht, militärisch aufzubauen. Und das gefällt uns in Israel und vielen anderen in der Region absolut nicht. Diese militärische Bedrohung des Irans, die in Syrien, im Libanon, in Jemen und im Irak und in anderen Ländern wirklich stattfindet, nicht nur, wie gesagt, Israel gegenüber, sondern auch der sunnitischen arabischen Welt und anderen Minderheiten, ist ein riesiges Problem und wir sind nicht mehr bereit, diesem Problem passiv gegenüberzustehen. Also eines der roten Linien Israels in Syrien ist schon seit Jahren, dass Iran wird von uns nicht die Erlaubnis bekommen, so hart es klingen mag, sich in Syrien militärisch aufzubauen. Wir werden dagegen vorgehen, das machen wir schon seit geraumer Zeit, das wird so weitergehen und der Ball, sage ich jetzt mal, liegt in Teheran. Und Teheran muss jetzt entscheiden, ob sie auf Konfrontationskurs gehen wollen mit Israel, mit dem Westen oder ob sie aufhören, Expansionspolitik, eine wilde Expansionspolitik in dieser Region voranzutreiben. Der wahre Nahostkonflikt im Nahen Osten, der zwischen Schiiten und Sunniten insbesondere in Syrien seit acht Jahren den Höhepunkt erreicht hat, der zieht mittlerweile auch uns ein Stückchen rein. Wir sind sowohl gegen sunnitischen als auch schiitischen Extremismus. Das Problem bei dem schiitischen Extremismus ist, dass er geostrategisch ein ganz anderes Level mittlerweile hat, weil ein Kopf hinter dieser Expansion steht, das ist Ayatollah Ali Khamenei und sein Auslandschef Qasem Soleimani. Und wir machen klar diese Tage, Wochen, Monate schon, dass wir unsere roten Linien einhalten werden. Es ist manchmal besser, wenn man einem Widersacher, der absolut skrupellos ist, der über Leichen bereit ist zu gehen und das sieht man überall und jederzeit im Falle vom Iran, wenn man dem nicht passiv, sondern aktiv gegenüber tritt. Und das ist, was Israel macht. Das war also die israelische Position zu den Militärschlägen in der Nacht und am frühen Morgen. Möglicherweise steht uns da ja eine größere militärische Konfrontation ins Haus. Wir wollen es nicht hoffen, möglicherweise...